Die Big Band der Bundeswehr! Benefizkonzert. Auch in diesem Jahr gastiert die Big Band der Bundeswehr in der Spitzenstadt. Wie der Organisator der Veranstaltung der Kiwanis Club Plauen e.V. heute Mittag in einer Pressekonferenz im Plauner Rathaus informierte, wird das Schuhorchester am 16. Juni ein Benefizkonzert auf dem Altmarkt veranstalten. Eine ganze Menge Neues werden die Gäste auf der größten mobilen Bühne Deutschlands erleben. So zum Beispiel eine 10x4 Meter große Leinwand im Hintergrund, auf der Showeffekte und Videosequenzen eingespielt werden können. Die Konzertbesucher dürfen sich aber selbstverständlich in der Hauptsache auf gute, handgemachte Musik freuen. Eine bunte Mischung aus Rock, Pop und natürlich Swing. Die Spendeneinnahmen des Konzerts gehen in diesem Jahr an die Parkeisenbahn, dem ALSO-Verein Plaun und das Kinderheim der AWO in der Straßberger Straße.